Ich bin Peter Enz und kandidiere für die Freiheitlichen für den Meraner Gemeinderat. Ich stehe hier an der Pforte des Kapuzinerklosters von Meran, das zurzeit Wahlkampfthema geworden ist, weil der Garten, der für die Bevölkerung eh schon seit immer verschlossen ist, jetzt für eine gewisse Zeit für den Bau der Ost-West-Umfahrung benötigt wird. Meran kann es sich nicht leisten, die Ost-West-Umfahrung oder den Bau zu verschleppen oder einzustellen, nur damit wir über ein Stück Garten reden, der sowieso nicht zur Verfügung steht. Wenn das fertiggestellt ist, kann unsere Stadtgartenerei, die eine der besten des Landes ist, diesen Garten herrichten und für die Bevölkerung begehbar machen. Dann haben alle was davon. Wir benötigen jetzt die Ost-West-Umfahrung, denn Meran erstickt im Verkehr.